Seid gesegnet in dem wundervollen Namen unseres Herrn Jesus Christus, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ja, heute haben wir mal was ganz Neues und zwar möchte ich gerne gemeinsam mit euch Bibel lesen. Anfangen möchte ich gerne im Johannes-Evangelium und das Ganze selbstverständlich ab Kapitel 1. Ganz, es ist so, dass ich jetzt in der Zukunft gerne Kapitel für Kapitel das durchgehen möchte mit euch, so wie es der Herr gibt, so wie es der Herr schenkt. Und ja, wir werden einfach gemeinsam Bibel lesen und während ich Bibel lese, werde ich gewisse Dinge einfach erklären oder erläutern und vor allem die Kernpunkte, Also ich sag mal, das Wichtigste in den Kapiteln hervorheben, kurz durchgehen und einfach mal, ich sag mal, einfach ein bisschen was dazu sagen, ein bisschen erklären. Auch ein bisschen Querverweise, das bedeutet einfach Bibelferse dazu sagen. Und es ist auf jeden Fall so, der du jetzt zuhörst, muss irgendwie nicht genau wissen, was los ist. Ich meine, es gibt heute Bibel-Apps, da muss man nicht irgendwie ein Spezialist sein, um Bibel zu lesen oder irgendwie ein Professor. Nein, um Gottes Willen, das Wort Gottes ist für jeden da und es ist der Heilige Geist, der dem Menschen Verständnis schenkt. Und deswegen lege ich alles, was passiert, in Gottes Hände. Der Herr soll daraus machen, soll daraus das machen, was er möchte und ja, sein Wille geschehe. Nur ganz kurz vorweg, mir ist wichtig, dass das Video jetzt nicht zu lang wird, damit man es zu Ende schaut, weil ansonsten kann man nicht zuhören. So, und zwar werde ich jetzt auch zu jedem Kapitel ein Selbsttest erstellen. Dieser wird jetzt eingeblendet und diesen Selbsttest könnt ihr nur beantworten, wenn ihr Johannes-Evangelium Kapitel 1 aufmerksam durchliest. So, und im nächsten Video werde ich dann am Anfang die richtigen Antworten einblenden zu diesem Selbsttest. Das heißt, bis zum nächsten Video habt ihr praktisch Zeit, diese Fragen euch durchzulesen, zu beantworten. Ja, so, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt auch ganz kurz an und bevor wir anfangen, möchte ich gerne ganz, ganz kurz beten mit euch. Wenn ihr wollt, schließt gerne eure Augen mit mir da, wo ihr jetzt seid. Mein Herr, ich bitte dich her, führe und leite mich jetzt in deinem Wort, durch dein Wort, mein Herr. Und dein Heiliger Geist soll jedes Wort, das ich spreche, führen und leiten und wirklich so verständlich rüberbringen, mein Herr, wie du es sagen möchtest. Und Herr, ich bitte auch für die Zuhörer, dass du wirklich ihre geistigen Ohren öffnest, dass du wirklich ihr Geist öffnest, mein Herr, damit sie wirklich hören und verstehen. Und ich danke dir, mein Herr, mein Gott, in den mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. Ich fange jetzt einfach mal an im Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Ich lese in einer Schlachter-2000-Übersetzung, also auch die Verse, die ich einblende, sind aus der Schlachter-Übersetzung. Also wenn du jetzt eine Elberfelder hast oder eine Luther oder eine Hoffnung für alle oder eine neue Bibel-Heute-Übersetzung, kann es sein, dass ein paar Worte einfach ein bisschen anders sind. Das ändert aber überhaupt nichts an dem Sinn, was steht. So, ich fange einfach an. Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So, jetzt ganz kurz. Wer ist das Wort? Also wir lesen hier irgendwie was von Wort, aber wer ist das Wort? So, also wir hören auf jeden Fall, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also der Text zeigt uns hier, dass das Wort auf jeden Fall Gott ist. Und ich würde mal sagen, wir lesen jetzt einfach mal weiter und wollen mal rausfinden, wer oder was dieses Wort überhaupt ist. Dieses Wort war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also ganz einfach, alles ist durch das Wort, also durch dieses Wort, entstanden und erschaffen worden. Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Also Johannes war es ganz, ganz wichtig, nicht auf sich selbst zu zeigen, sondern es war ihm wichtig, auf dieses Licht zu zeigen. Und wir wollen jetzt mal weiterhören, weil es geht ja hier in diesem Kontext, in dem Sinn geht es ja um das Wort und um das Licht. Und wir wollen einfach mal rausfinden, über wen hier überhaupt geschrieben ist, wer hier gemeint ist. Ich bin jetzt bei Vers 8. Nicht er, also Johannes, war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet oder erleuchten soll, das in die Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Also dieses Wort, dieses Licht ist in die Welt gekommen und die Welt wurde durch ihn erschaffen, steht hier geschrieben. Und dann geht es weiter. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also Vers 11 sagt, dass er in sein Eigentum kam, also in die Welt, was praktisch ihm gehört, diesem Licht, diesem Wort. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also man kann jetzt sagen, das, was er erschaffen hat, seine Menschen nahmen ihn nicht auf. Oder ich sage jetzt einfach mal, das Volk nahm ihn nicht auf. Und jetzt kommt Vers 12, seid aufmerksam. Das ist nämlich ein großer und starker und wichtiger Vers. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Mal schauen, von wem hier die Rede ist. Vers 13. Die, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also Vers 13 möchte ganz einfach sagen, diese Menschen, die an seinen Namen glauben, sind nicht Kinder Gottes geworden, weil sie aus einem bestimmten Stamm sind oder eine bestimmte Abstammung haben oder weil das irgendwie ein König oder eine Regierung entschieden hat, sondern sie sind Kinder Gottes, weil sie aus Gott geboren sind. Und jetzt kommt Vers 14. Und hier hören wir nochmal dieses Wort. Und das Wort, das haben wir in 1, Vers 1 gehört, wo geschrieben steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und jetzt Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch oder in anderen Übersetzungen steht auch Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen oder Einzigartigen oder Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Vers 14 gibt uns ganz klar Aufschluss darüber, dass hier die Rede über Jesus Christus, dem Sohn Gottes ist. Halleluja. Deswegen, alles was wir gerade gelesen haben, von Vers 1 bis Vers 14, dreht sich um Jesus. Dieses Wort, von dem wir ganz am Anfang jetzt schon gehört haben und jetzt in Vers 14, ist Jesus Christus. Deswegen möchte ich mit euch nochmal in Vers 1 lesen. Ich lese nochmal, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jetzt möchte ich das Wort Wort austauschen durch Jesus. Und will mal schauen, was für ein Sinn dann daraus kommt. Weil wir haben ja rausbekommen, dass das Wort Jesus ist. Also, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und das Wort, also Jesus, war Gott. Also, wir sehen hier, dass dieses Wort Wort keine Kleinigkeit ist, sondern wirklich eine große und wichtige Bedeutung hat. Und dieses Wort Wort bedeutet viel, viel mehr. Es ist tiefer, weil das griechische Wort für das Wort Wort ist Logos. Und dieses Wort Logos bedeutet, übersetzt, hat viele, viele Bedeutungen, aber so die Hauptbedeutungen sind Grund oder der Gedanke oder der Sinn oder die Idee. Und man kann auch sagen, der Grund vom inneren Gedanken selbst. Also, ihr seht, es ist ein sehr vielseitiges Wort, was wirklich sehr kräftig ist. Und ich finde, es trifft auf jeden Fall sehr gut auf Jesus zu, weil Jesus wirklich schwierig ist, in Worte zu fassen. Und wenn man dann dieses starke griechische Wort Logos nimmt, dann kommt auf jeden Fall viel bei rum. Also, Logos bedeutet Grund oder der Gedanke, der Sinn oder die Idee, der Grund vom inneren Gedanken selbst. Also können wir sagen, Jesus ist gleich die ewige Idee Gottes oder der ewige Gedanke Gottes, der ewige Sinn, der ewige Grund Gottes. Ja, wir sehen, dass Gott von Anfang an, von Ewigkeiten her, den Plan hatte, die Menschen in seinem Sohn Jesus Christus zu erlösen. Das bedeutet, der Plan ist Gott nicht irgendwann eingefallen, mittendrin, ach ja, wir wollen die Menschen jetzt mal erlösen. Die Leute schaffen das nicht, das Gesetz zu halten. Nein, dieser Gedanke, diese Idee bestand schon immer. Und diese Idee war, dass Gott als Person in diese Welt kommt. Dass Gott, dass man Gott, dass man Gott anfassen kann, dass man Gott sehen kann, dass man Gott riechen kann, dass man Gott, ja, dass man ihn schmecken kann, dass man ihn mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Und in Jesus wurde Gott für uns Menschen erstmal wahrnehmbar. Aber ich würde mal sagen, wir lesen ein bisschen weiter. Ihr seht, dieses Wort Logos hat schon, hat schon auf jeden Fall in sich. Es ist ein sehr starkes und kräftiges Wort. Wir wollen mal weitergehen. Ich lese mal weiter jetzt ab Vers 15, weil sonst wird es zu lang. Also Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, also von Jesus, von dem Wort, rief und sprach. Dieser war es, von dem ich sagte, sagt Johannes. Der nach mir kommt, ist vor mir schon da gewesen. Denn er war eher, also vor mir da, als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. So, und auf Vers 17 möchte ich kurz eingehen, da wo ich gerade gelesen habe. Und für mich ist das so besonders und wichtig zu erwähnen, dass Gott nicht einfach nur mit Gnade zu dem Menschen kam, sondern mit Gnade und Wahrheit. Bedeutet, unser Gott hat nicht einfach gesagt, ja, okay, Adam und Eva haben gesündigt ganz am Anfang. Ich musste den Menschen aus meiner Gegenwart vertreiben. Und ich konnte, er konnte nicht mehr in meiner Gegenwart leben. Aber jetzt möchte ich einfach mal Gnade schenken. Ich schenke ihm einfach Gnade. Einfach so. Nein. Unser Gott kam in Gnade und Wahrheit. Bedeutet, ja, er hat die Menschen vergeben, aber nicht ohne, dass der Preis für die Sünde bezahlt wird. Denn der Preis für die Sünde ist der Tod. Und diesen Preis hat Jesus Christus für uns bezahlt am Kreuz. Halleluja. Deswegen, unser Gott kommt nicht nur mit Gnade, nicht einfach Vergebung, nicht einfach so billig. Ja, ich vergebe einfach. Nein. Unser Gott kommt in Gnade und Wahrheit. Halleluja. Preist den Herrn. So mächtig und so groß ist diese Tat Gottes. Er hat seinen Sohn geopfert und Jesus selbst hat sein Leben hingegeben, freiwillig. Ja, das ist einzigartig. Das ist wirklich einzigartig. Gnade und Wahrheit. Amen. Okay. Ich will einfach mal weiterlesen jetzt ab. Vers 18 geht es weiter. Niemand hat Gott je gesehen. Aber der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also Vers 18 sagt, niemand hat Gott je gesehen, außer Jesus, der hat uns Aufschluss, bedeutet Verständnis, gegeben über ihn. Also ganz simpel und einfach, er hat uns Gott vorgestellt. Jesus möchte den Menschen Gott vorstellen, Gott so präsentieren, wie er wirklich ist. Und das, was Jesus präsentiert hat, so wie Gott, so wie Jesus Gott präsentiert hat, war als liebender Vater. Deswegen, Jesus hat ihn immer Vater genannt. Immer wenn wir in der Bibel lesen, dass Jesus über den Vater spricht, nennt er ihn Vater. Und das ist das Allerwichtigste, zu wissen, dass du, wenn du das Werk, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, annimmst, dass du Kind bist und dass er, Gott der Allmächtige, dein Vater ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich mache weiter mit Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihm zu fragen, wer bist du? Also die führenden Männer des jüdischen Volkes sandten Männer hin zu Johannes dem Täufer, um zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete es nicht, sondern er bekannte. Johannes der Täufer sagte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin es nicht. Nein. Und dann fragen sie ihn, bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. So, jetzt wollen wir einmal kurz darauf eingehen. Sie fragten ihn, bist du Elia? Er sagt, nein. Und dann fragen sie ihn, bist du der Prophet? Und er antwortet wieder, nein. So, nach was für einem Propheten haben sie gesucht? Und zwar finden wir in 5. Mose, Kapitel 18, Vers 18, die Antwort. Dort steht nämlich geschrieben, ich, also Gott, will ihnen einen Propheten, wie du es bist, sagt er zu Mose, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Also, das heißt, die führenden Männer des Volkes haben gewusst, dass irgendwann, irgendwann ein mächtiger Mann Gottes aufkommen wird, auftreten wird. Und sie haben gewusst und gesehen, dass Johannes der Täufer nicht normal war, nicht wie alle anderen Menschen. Und er hat ja auch getauft und er hat gepredigt, er hat die Buße gepredigt und die Leute zur Umkehr aufgerufen. Und jetzt wollten gerne die führenden Männer des Volkes wissen, sag mal, wer bist du eigentlich? Bist du, bist du jetzt ein Prophet oder bist du der Prophet oder bist du Elia? Was bist du eigentlich? So, jetzt dachten sie, ist er der Christus? Und er sagte natürlich direkt, nein, ich bin nicht der Christus. Aber sie fragten ihn auch, sie fragten ihn ja, bist du Elia? Und er antwortete darauf, nein, ich bin es nicht. Jetzt ist aber interessant, dass Jesus in Matthäus 17, Verse 10 bis 13, Ich werde euch jetzt einfach mal nur Vers 13 einblenden. Selber von Johannes dem Täufer sagt, dass er Elia war. So, jetzt scheint das irgendwie wie ein Widerspruch, weil Jesus sagt, Johannes der Täufer war Elia. Aber Johannes der Täufer selber sagt, nein, ich bin nicht Elia. So, hat Johannes der Täufer gelogen? Nein, hat er nicht, denn er war Johannes. Er war nicht Elia, er war Johannes. Elia war Elia und Johannes war Johannes. Nur Lukas Kapitel 1, Vers 17 lässt uns erkennen, was hier überhaupt gemeint war. Denn dort steht geschrieben, in Lukas Kapitel 1, Vers 17 steht so geschrieben. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias. Hier ist gerade von Johannes dem Täufer, wenn ihr vorher ein bisschen liest, vor Vers 17. Da wird von Johannes dem Täufer von seiner Geburt gesprochen. Und jetzt sagt der Engel zu Zacharias, sagt er, und er wird vor ihm hergehen, im Geist. Also vor ihm hergehen, bedeutet vor Jesus, ein Vorbote für Jesus, war ja Johannes der Täufer. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Also er war nicht Elia selbst, sondern Johannes der Täufer hatte praktisch dieselben Charaktereigenschaften, dieselbe Gesinnung wie Elia. Wie komme ich jetzt darauf? Also wir können zum Beispiel lesen, das ist sehr interessant, im Matthäus Evangelium Kapitel 3, Vers 4 können wir lesen. Aber Johannes hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, also um seine Hüften. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. So, interessant ist für mich, dass hier auf die Kleidung von Johannes eingegangen wird. Ein Mantel oder ein Gewand oder ein Kleid aus Kamelhaaren mit einem Ledergürtel. Und es ist sehr interessant, wenn wir mal jetzt reinschauen im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige, Kapitel 1, Vers 8. Dort steht nämlich jetzt über Elia, was er anhat. Und dort steht, sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren. So, ich habe jetzt in anderen Übersetzungen stehen andere Worte für Ziegenhaare. Aber es ist schon mal ein Mantel oder ein Gewand aus Tierhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tisbiter. So, es ist für mich interessant, dass genau auf beide, also dass bei beiden Propheten jetzt auf die Kleidung eingegangen wird. Weil, ich meine, das kann kein Zufall sein. Wir sehen die Ähnlichkeit. Wir sehen die ähnlichen Charakterzüge. Obwohl Elia, Elia war. Und Johannes der Täufer, Johannes der Täufer. Interessant ist auch, dass wir lesen können im zweiten Buch der Könige, Kapitel 1, Vers 8. Dort lesen wir, hier geht es wieder um Elia. Und Kapitel 2, Vers 7 lese ich nochmal, da stand davor. Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Also, Elia wurde am Jordan entrückt. Das können wir lesen im zweiten Buch der Könige. Elia wurde am Jordan entrückt und von der Feuerkutsche abgeholt, so wie es geschrieben steht. Und es ist sehr interessant für mich, dass Elia am Jordan entrückt wurde und Johannes der Täufer am Jordan taufte. Also, ich meine, das kann auch kein Zufall sein. Also, wir sehen, dass Johannes der Täufer und Elia zwei verschiedene Personen waren. Allerdings hatte Johannes der Täufer dieselbe Gesinnung und viel, sehr, sehr viel, ich weiß nicht wie viel, aber sehr, sehr viel von den Charaktereigenschaften Elias. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 17, Vers 13, dass Elia schon da war und er sagt das von Johannes dem Täufer. Weil es ging nämlich darum, warum kamen die Propheten überhaupt zu Johannes dem Täufer, um zu fragen, ob er der Prophet ist oder ob er Elia ist. Weil im Alten Testament, in Malachi Kapitel 3, Vers 23, dort war eine Prophezeiung gesagt. Der Prophet sagte nämlich, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. So, daraus haben jetzt die Juden und die Schriftgelehrten und die Priester und die ganzen und die Pharisäer haben daraus gezogen, dass bevor der Messias kommt, erst nochmal Elia kommen muss. Deswegen haben ja diese Pharisäer gefragt, ob er Elia ist. So, sie waren sich einfach nicht sicher und sie hatten eigentlich recht, sie hatten eigentlich recht, weil es musste wirklich vorher Elia kommen. Nur jetzt kommt das ganz Besondere an der Sache, es kam nur nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Und da können wir so oft einfach sehen und erkennen, dass Gott wirkt und Gott groß ist und uns Verständnis gibt. Aber Gott wirkt einfach so oft anders, als wir es uns vorstellen. Wisst ihr, die Pharisäer und die Schriftgelehrten damals dachten einfach, sie haben alles erkannt und sie kennen die Schrift in- und auswendig und perfekt. Und das Problem ist, das denken auch wir Menschen oft heute noch und denken, ja, wir kennen die Bibel und wissen doch schon alles und haben super viel Erkenntnis. Aber in Wirklichkeit haben wir es nicht. Deswegen, also mir zeigt das, mir zeigt das diese Bibelstelle so deutlich, weil oft kommt es anders, als wir es uns vorstellen. Deswegen lasst uns nicht versuchen, die Schrift einfach Profis darin zu werden oder Meister darin zu werden, sondern wirklich mit Demut und Ehrfurcht vor dem Herrn kommen und in seinem Wort sein, in seinem Wort bleiben und daraus lesen. Und dem Herrn danken für sein Wort und sein Heiliger Geist wird uns ganz genau immer das offenbaren, was wir benötigen und was wir für den Moment brauchen. Denn es steht geschrieben, der Herr ist unser Versorger. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Er sagt, schaut euch die Vögel im Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, also sie arbeiten nicht praktisch. Sie arbeiten nicht wie ein Mensch. Und euer himmlischer Vater versorgt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert, als die Vögel im Himmel? Und was ich dazu sagen will, der Herr versorgt uns physisch für unser leibliches Wohl, ist gesorgt. Aber der Herr versorgt uns auch geistig. Bedeutet, wenn du geistig vielleicht schwach bist oder momentan nicht so stark drauf bist, der Herr kann und wird dich auch geistig versorgen und wird dir neue Kraft geben. Amen. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal hier ein bisschen weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Johannes, Evangelium Kapitel 1. Ich glaube, 21 haben wir gelesen, jetzt geht es mit 22 weiter. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Also sie wollten den Pharisäern Antwort geben. Was sagst du über dich selbst, fragen sie Johannes. Und er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also in Jesaja Kapitel 40 Vers 3 steht das geschrieben, was Johannes der Täufer gerade zitiert hat. Und es steht in Vers 24, die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist und auch nicht Elia und auch nicht der versprochene Prophet? Vers 26, Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist es, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist und ich bin nicht einmal würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Und für mich ist immer so bemerkenswert, wie demütig Johannes der Täufer und wie ehrfürchtig Johannes der Täufer gegenüber Jesus ist. Und er sagt, er ist es noch nicht einmal wert, ihm den Schuhriemen von seiner Sandale zu lösen oder zu öffnen. Also für mich immer wieder bemerkenswert. Vers 28, dies geschah in Beth Abara jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Jetzt geht es weiter mit Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Er war eher als ich. Also er sagt, Johannes der Täufer sagt, Jesus war schon vor ihm da. Und das Besondere ist, wenn wir die Bibel lesen im Lukas Evangelium, dann war Johannes der Täufer ungefähr ein halbes Jahr älter als Jesus. Und hier ist so eigentlich dieser Widerspruch in Anführungszeichen, weil Johannes sagt, er war schon vor mir da, obwohl er eigentlich von irdischen Tagen älter ist. Aber Johannes der Täufer wollte unbedingt zeigen, dass Jesus diese göttliche Herrlichkeit hat und dass er schon vorher existiert hat. Dass er schon vorher beim Vater war. Und das ist das, was Johannes der Täufer immer wieder zeigen will. Vers 31, Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen. Und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir. Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Vers 34, Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Vers 35, Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Vers 37, Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umdrehte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Und sie sprechen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Und jetzt kommt ein besonderer Vers, Vers 39, er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben an diesem Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Und für mich ist interessant, wenn wir von Jesus lesen, von dem, was er alles getan und gewirkt hat. Jesus hat vor tausenden von Menschen gepredigt. Jesus hat sich aber auch für die einzelnen Zeit genommen. Jesus war sich dafür nicht zu schade. Jesus war es nicht interessant. Habe ich gerade tausende von Zuhörern? Erreiche ich gerade tausende von Menschen? Oder ist es nur ein Mensch, der mir gerade zuhört und den ich erreiche und dem ich helfen kann? Und das ist eine besondere Art von Jesus, finde ich, mit Menschen umzugehen. Er hat nie die Ehre gesucht. Er hat dieses Ansehen bei den Leuten nicht interessiert. Und obwohl es ihn nicht interessiert hat, läuft ihm die ganze Welt nach. Damals schon und heute auch. Halleluja. Alle Ehre sei nur dir, mein Herr. Ich lese ab Vers 40 weiter. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Also, Andreas war der Bruder von Petrus. Und Vers 41. Dieser fand zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas' Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt, übersetzt ein Stein. Also, dieser Simon, dieser Kephas ist Petrus. Vers 43. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm. Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Und Philippus fand Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Und auch hier möchte ich kurz einen Stopp machen, weil es für mich wieder interessant ist. In Vers 39 haben wir eben gelesen, wie Jesus zu den beiden Jüngern sagt, kommt und seht. Und er ruft sie zu sich nach Hause. Und jetzt in Vers 46 sagt Philippus zu Nathanael, komm und sieh. Und es ist für mich so interessant, dass in einem Kapitel zweimal aufgefordert wird, zu kommen und selbst zu sehen. Und ich möchte dir, lieber Zuhörer, sagen, ich weiß nicht, ob du gerade, da du zuhörst, Jesus schon angenommen hast in deinem Leben oder irgendwie Jesus aus den Augen verloren hast, wie auch immer es ist. Keiner kann dir Jesus erklären. Keiner kann dir erklären, wie gut, wie großartig er ist und was er kann. Ich möchte dir nur persönlich an dein Herz legen. Ob du jetzt Jesus angenommen hast oder vielleicht einen Neustart brauchst oder momentan einfach schwach bist. Ich möchte dir einfach nur ans Herz legen. Gib Jesus diese Chance und schau es dir selbst an. Und wenn es so ist, dass du Jesus vielleicht noch nicht angenommen hast, dann, wenn du einfach, einfach wenn du alleine bist und wenn du einen ruhigen Moment hast, dann schließ einfach deine Augen und sag doch zu diesem Jesus, Jesus, wenn du wirklich so wunderbar bist, wie alle sagen, dann möchte ich dich kennenlernen, dann möchte ich es gerne sehen. Und ich kann dir wirklich fast schon garantieren, Jesus wird dir zeigen, wie wunderbar er ist. Schau es dir selber an. Es wurde zweimal in diesem einen Kapitel aufgefordert, komm und sieh. Komm und schaust dir an. Und dazu möchte ich jeden Menschen auffordern, schaut es euch selber an, denn man kann es nicht in Worte fassen. Jesus ist zu groß. Halleluja. Wir haben es gleich geschafft. Vers 47 Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm. Siehe, ein wahrhaftiger Israelit, in dem keine Falschheit ist. Und Nathanael spricht zu ihm. Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm. Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Aber ich sage dir, du wirst Größeres sehen, als das. Und er spricht zu ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Der Menschensohn ist Jesus selber. Also es ist ein Titel des Messias. Es ist ein Titel von Jesus, der Menschensohn. Und es ist für mich so interessant, weil in 1. Mose Kapitel 28 Vers 12, also ich spreche von euch, ich spreche mit euch ganz von den Anfängen. Dort steht nämlich von Jakob geschrieben. Und er, also Jakob, hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf- und nieder. Also das, was Jesus sagt in Johannes-Evangelium Kapitel 1 Vers 51, können wir praktisch lesen im 1. Buch Mose Kapitel 28 Vers 12. Also wie viel ist dazwischen, das ist irgendwo zwischen, ich glaube die hatten 3.000 bis 4.000 Jahre dazwischen, irgendwie sowas um den Dreh. War zwischen Jakob und Jesus. Und so interessant für mich, dass Jakob im Traum diese Leiter gesehen hat, im Alten Testament. Und Jesus dann im Neuen Testament sagt, diese Leiter, die Jakob gesehen hat, bin ich. Diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Diese Verbindung, die Jesus herstellt mit dem himmlischen Vater. Die Jesus jedem schenkt, der ihn annimmt. Preis den Herrn. Ja, wir haben es geschafft. 51 Verse sind gelesen. Jetzt möchte ich dem Herrn noch einmal kurz danken. Herr, ich danke dir von meinem ganzen Herzen dafür. Lass dieses Video und diese Worte Frucht tragen, Herr. Und jeden Menschen hören, der es hören soll, mein Herr. Und ich bitte dich, lass diese Worte Frucht tragen, mein Herr. 30-fach, 60-fach, 100-fach, mein Herr, nach deinem Willen. Und ich bitte dich, mein Herr, dass du denen, die es gehört haben, jetzt in diesem Moment begegnest, mein Herr, durch deinen Heiligen Geist. Denn was bei uns unmöglich ist, mein Herr, das ist bei dir möglich. Und das Gebet eines Gerechten vermag viel, mein Herr. Und ich bin gerecht durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. So, liebe Zuhörer, ich werde euch jetzt noch einmal den Selbsttest einblenden, den ich ganz am Anfang einmal eingeblendet habe. Und wie gesagt, werde ich jetzt im nächsten Video die Antworten zeigen auf diese Fragen, damit ihr dann vergleichen könnt, ob ihr richtig geantwortet habt oder nicht. Bis dahin wünsche ich euch Gottes reichen Segen, Gottes Frieden und der Herr segne und behüte euch in Jesus Christus. Amen. Amen.